Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Eneo How-To Video. In diesem Teil zeigen wir Ihnen, wie Sie die Firmware Ihrer Eneo IP-Kamera aktualisieren können. Hierzu tragen Sie zuerst Ihre Anmeldedaten ein, setzen den Haken Jump to Setup und klicken auf Login. Hier sehen Sie nun die aktuell installierte Firmware-Version. Um diese zu aktualisieren, klicken Sie auf System, Maintenance und dann einmal in dieses Kästchen. Nun wählen Sie die Firmware aus, die installiert werden soll. In unserem Fall ist das die R105 und klicken hier auf Upgrade. Nun wird diese Firmware auf die Kamera hochgeladen. Wenn die Firmware erfolgreich hochgeladen wurde, läuft die Systemaktualisierung durch. Bitte schalten Sie in dieser Zeit weder den Strom noch die PoE-Versorgung der Kamera aus. Nach erfolgreicher Aktualisierung loggen Sie sich erneut mit Ihren Anmeldedaten in der Kamera ein. Hier sehen wir nun, dass die Firmware-Aktualisierung erfolgreich war. Die aktuelle Firmware lautet R105. Das war es auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Ihr Neo Support. UNTERTITELUNG 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 Vielen Dank.